Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Der türkische Geschäftsmann, der in New York wegen des Bruchs von Sanktionen gegen den Iran angeklagt ist, stellte sich der Justiz als Kronzeuge zur Verfügung. Reza Zarab werde in dem Verfahren als Insider aussagen, kündigte Staatsanwalt David Denton an. Der Prozess könnte die schwierigen Beziehungen der USA zur Türkei weiter belasten. Sollte der in türkischen Führungskreisen gut vernetzte Zarab in dem am Dienstag begonnenen Prozess tatsächlich auspacken, könnte dies unangenehme Folgen für die türkische Regierung haben, die das Verfahren schon seit Wochen scharf kritisiert. Zarab soll unter Mithilfe der türkischen Halbbank große Mengen Gold in den Iran gebracht haben, um Öllieferungen zu bezahlen. Die US-Justiz sieht darin einen Verstoß gegen US-Finanzsanktionen. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Halbbank, Mehmet Haag an Attila, ist ebenfalls wegen Sanktionsverstößen, Geldwäsche und Korruption angeklagt. Da Zarab nun mit der Anklage zusammenarbeitet, ist Attila der einzige Angeklagte in dem New Yorker Verfahren. Zarab dürfte auf Strafminderung durch seine Zusammenarbeit mit der Anklage hoffen. Erdogan wittert eine Verschwörung der Prozess ist heikel für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, weil er alte Korruptionsvorwürfe von Dezember 2013 wieder an die Öffentlichkeit bringen könnte. Zarab stand damals im Zentrum von Ermittlungen gegen Politiker und Geschäftsleute aus dem Umfeld Erdogans. Viel Minister mussten ihren Posten räumen, bevor Erdogan die Einstellung der Korruptionsermittlungen erzwang. Es besteht der Verdacht, dass die türkische Führung von den Goldgeschäften Zarabs nicht nur wusste, sondern von ihnen auch profitiert hat. Die Regierung in Ankara hatte erst am Montag auf die Einstellung des Verfahrens gedrungen. Erdogan hatte den Prozess als Verschwörung gegen seine Regierung bezeichnet. Auch besteht in Ankara die Sorge, dass die US-Justiz eine hohe Geldstrafe gegen Halbbank verhängt und damit den türkischen Finanzsektor in Bedrängnis bringt. Untertitelung des ZDF, 2020